Dieses innere Feuer, das man Verlangen nennt, diese Flamme der Unzufriedenheit. Denn solange Unzufriedenheit nicht verstanden wird, nicht enträtselt ist, nicht zusammengebrochen ist, so dass man entdecken kann, was hinter Unzufriedenheit und Verlangen steckt, so lange wird man zwangsläufig Illusionen erzeugen. Illusionen in unseren Beziehungen, Illusionen im Hinblick auf das, was Wahrheit ist, und ob es etwas jenseits aller Zeit gibt. Sehen Sie, Ihr Geist ist niemals still. Darf man das fragen? Gelegentlich vielleicht. Er ist niemals so still, dass Sie vollkommen beobachten. Nicht nur den Himmel und die Schönheit der Erde, sondern dass Sie auch still, ohne jede Gedankenregelung, die ganze Struktur Ihres eigenen Geistes beobachten, Ihres eigenen Wesens. Wenn Sie es so beobachten, ohne Motiv, ohne Richtung und ohne Verlangen, dann ist dieses Beobachten eine Einsicht. Dann ist dieses Beobachten eine Einsicht und kein Ansammeln von Wissen, sondern ein Lernen, unmittelbar und augenblicklich aus dem zu handeln, was Sie beobachtet haben. Wenn Sie den geistigen Zustand jedes Menschen untersuchen, so gibt es einen konstanten Faktor, im Westen, Osten oder wo auch immer, und dieser gemeinsame Faktor ist, dass alle Menschen schreckliche Zeiten durchleben. Elend, Verwirrung, Angst, Verzweiflung, sei es in Indien, Amerika oder hier. Das ist der gemeinsame psychische Faktor. Ihre psychische Struktur haben Sie also mit der ganzen Menschheit gemeinsam. Deshalb sind Sie kein eigenes psychisches Wesen. Den meisten Menschen fällt es sehr schwer, das zu erkennen oder dem zuzuhören, weil sie so konditioniert sind, weil die gesamte Kultur darauf beruht, individuelle Erlösung, Erlösung durch einen Heiland, individuelles Streben, gegen den anderen etwas zu wehren, und so weiter. Ein Geist, der in Leid lebt, kann nie frei sein, verstehen Sie? Und nur der Geist, der vollkommen frei von Leid ist, kann wissen, was Mitgefühl ist. Ein Akt des Mitgefühls, ist ein Akt der Intelligenz. Mit dem Wort Intelligenz meinen wir nicht, die intellektuelle Fähigkeit zu urteilen, zu unterscheiden, abzuwägen. Das alles sind Fähigkeiten des Intellekts. Mitgefühl geht einher mit Intelligenz und Weisheit. Es ist die eigentliche Natur der Intelligenz. Mit dieser Intelligenz können Sie vernünftig und logisch argumentieren. Die Gesellschaft erschafft jeder von uns. Sie ist nicht das Produkt von Unbekannten aus ferner Vergangenheit oder von einem übermenschlichen Gott. Die Gesellschaft, in der wir leben, erschaffen wir Menschen. Durch Ehrgeiz, Gier, Konkurrenzkampf, dauerndes Abnöhen. Durch Eidelkeit und Aggression und so weiter. Die Gesellschaft ist also, was wir sind. Deshalb ist wichtig zu verstehen, solange wir uns nicht radikal ändern, leben wir in einer kaputten Gesellschaft. Also müssen wir uns mit all dem beschäftigen, das falsch ist. Wie Stolz, Arroganz, Bindung und Wünsche, Vergnügen und so fort, die alle ganz offensichtlich nicht Liebe sind. Kann all das enden? Weil ohne Liebe im Leben der Duft, die Leidenschaft, die Tiefe des Lebens verloren ist. Das Leben wird dann sehr oberflächlich, sehr weltlich. Und das geschieht ja auch zunehmend in der Welt, weil wir nie herausgefunden haben, was es heißt, einander zu lieben. Liebe ist keine Erinnerung an vergangene Ereignisse und vergangenes Vergnügen. Liebe ist nicht Wissen. Und doch spielt Wissen in unserem Leben eine herausragende Rolle. So viele Wissenschaftler und Biologen und andere sagen, dass der Aufstieg des Menschen nur durch Wissen erfolgt. Wir nehmen so unkritisch an, was Experten sagen. Wir prüfen nie selber. Ich finde, dass eines der großen Probleme ist, man mag sich täuschen, dass Bücher so wichtig geworden sind. Das, was andere Menschen gesagt und geschrieben haben, all die Experten und Psychologen. Wir reden nicht von den Fachleuten der Technologie, sondern von psychologischen Experten, die ein großes Maß an Wissen über sich selbst und andere Menschen gesammelt haben. Wird dieses Wissen den Menschen transformieren? Wird das Wissen völlig das Wesen des Bewusstseins des Menschen umwandeln, vollständig und total, nicht teilweise nicht hier oder dort ein bisschen, etwas weniger Angst, ein bisschen freundlicher oder großzügiger, mit weniger Konflikten? Sondern wird dieses Wissen, das der Mensch im Verlauf so vieler Jahrhunderte erworben hat, über die Psyche, über die unterschiedlichen Schichten von Bewusstsein, wird dieses Wissen, das heißt die gesammelte Information und die gesammelte Erfahrung, wird das, das ganze Wesen des Menschen transformieren, den Inhalt seines Bewusstseins? Stellen Sie sich diese Frage bitte selbst. Es muss sein, dass wir erforschen, ob Leiden psychologisch beendet werden kann. Ist die Frage eigensüchtig? Ist die Frage unwichtig? Wir verursachen ja, Menschen verursachen ja psychologisch ein großes Maß an Leiden für andere. Wir werden tief verletzt. Wir haben darüber gesprochen und auch über die Folgen psychologischer Verletzungen. Wir haben Widerstand, Isolierung, Ängste betrachtet. In der christlichen Welt wird Leiden in der Anbetung eines Symbols ausgewichen, aber dennoch existiert Leiden. Die asiatische Welt kennt viele Erklärungen des Leidens und doch leiden sie. Anscheinend gibt es kein Ende des Leidens, des menschlichen Kummers, der Not, der Trauer. Es scheint kein Ende zu haben. Wir sollten gemeinsam erkunden, nicht verbal oder intellektuell, sondern gefühlvoll herausfinden, ob Kummer wirklich aufhört. Denn wo Kummer ist, ist keine Liebe. Wo Kummer ist, ist kein Mitgefühl. Wo es Kummer gibt, gibt es keine tiefgründige Intelligenz. Man muss sich also der Frage zuwenden, wer leidet. Wenn Sie es jemandem anderen überlassen, Ihre Probleme zu lösen, dann machen Sie sich von anderen abhängig und verlieren damit die Ihnen innewohnende Fähigkeit, alle menschlichen Probleme zu lösen, die Sie betreffen. Wir fragen also, wer leidet. Wenn Sie Tränen vergießen, sich völlig verloren fühlen, den Schock spüren, dass jemand gegangen oder verloren ist, den Sie lieb hatten. Wer ist es, der dieses Gefühl großen Leids hat? Das heißt, wer ist das, wer ist dieses Ich, das sagt, ich leide? Wer ist dieses Wesen, das den Schock und die Not und die Verzweiflung der Einsamkeit erlebt? Das ist wirklich eine wichtige Frage, auch im Zusammenhang mit der Frage nach dem Tod, nach dem Wesen des Sterbens. Was also stirbt? Die Ansammlung von Wissen über einen Selbst, die Anhäufung von Besitztümern, die Ansammlung von all den Dingen, an die Sie gebunden sind? Ist es also möglich, die ganze Zeit mit dem Tod zu leben? Bitte verstehen Sie, das ist das Enden aller Dinge, während Sie leben, Tag für Tag, verstehen Sie? Das heißt, dass Geist und Gemüt jeden Tag frisch reinkarnieren. Das ist Schöpfung. Das ist ein schöpferischer Geist, kein erfinderischer. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Erfindertum und Schöpfung. Die gesamte technologische Welt und die Techniker dieser Welt sind erfinderisch, weil sie Wissen benutzen. Und sie bewegen sich von Wissen zu Wissen, aber sie sind nie frei von Wissen, so dass es einen totalen neuen Anfang geben könnte. Also mit dem Tod zu leben, nicht Selbstmord zu verüben, das ist zu albern. Meinen Schmerz zu beenden, ihn vollständig zu beenden, die eigenen Bindungen zu beenden, so dass Leben, Leben und Tod stets in gemeinsamer Bewegung sind. Tun sie es. Wenn man seinen Geist und seine Energien diesem Forschen und Handeln widmet, dann gibt es eine vollkommen andere Art von Leben. Wir haben die Freiheit gehabt, genau das zu tun, was uns belebt. Und eben das hat in der Welt Verheerungen angerichtet. Freiheit heißt nicht, das zu tun, was einem belebt. sondern vielmehr frei zu sein von der Mühsal des Lebens, von unseren Problemen. Und darüber sprachen wir gestern. Von unserer Angst, von unseren psychischen, seelischen Verletzungen, von dem ganzen Konflikt, den wir so viele Jahrtausende hindurch hingenommen haben. und ebenso frei von Angst zu sein. Über all diese Dinge haben wir gestern Nachmittag gesprochen. Wir wollen uns den Dingen stellen, wie sie tatsächlich wahrhaftig sind, nicht in Illusionen leben. Und es ist schwer zu beobachten, ohne dass sich Illusionen einschleichen. Wenn sie sich aber selbst täuschen und dem, was ist, nicht ins Auge sehen, dann wird es unmöglich, sich selbst so zu sehen, wie man ist. Doch wir lieben Täuschungen, Illusionen, jede Form des Betruges, und weil wir Angst davor haben, uns selbst anzustellen. sich selbst ganz klar, genau und präzise zu sehen, ist nur möglich im Spiegel der Beziehung. Das ist der einzige Spiegel, den wir besetzen. Wenn sie sich rasieren oder wenn sie sich kämmen, gibt ihr Spiegel genau wieder, wie sie aussehen. Und im Psychischen gibt es dort auch einen Spiegel, in dem man genau, präzise, tatsächlich sehen kann, was man ist. Wie gesagt, es gibt einen solchen Spiegel, nämlich eine Beziehung. Wie intim sie auch sei, ob mit einem Mann oder einer Frau. In dieser Beziehung sieht man, was man wirklich ist. Wenn sie es zulassen, das zu sehen, was sie wirklich sind, dann sehen sie, wie sie zornig werden, wie besitzergreifend sie sind und alles Übrige. Der Mensch hat schon immer das Vergnügen gesucht. Im Namen Gottes, im Namen des Friedens, im Namen einer Ideologie. Und gibt es die Lust an der Macht, Macht über andere auszuüben, politische Macht? haben Sie schon bemerkt, haben Sie schon bemerkt, dass Macht etwas hässliches ist, wenn man jemand anderen auf irgendeine Weise dominiert, wenn eine Frau ihren Mann beherrscht oder der Mann die Frau? Macht ist eines der Dinge im Leben, die von größtem Übel sind. Und Vergnügen ist die Kehrseite der Angst. Wenn man tief innerlich, gründlich und ernsthaft das Wesen der Angst versteht, womit wir uns gestern befasst haben, dann ist Vergnügen entzücken. Der Anblick von etwas Schönem, der Anblick des Sonnenuntergangs oder des Morgenlichts, der Morgendämmerung, der wunderbaren Farben, der Spiegelung des Sonnenlichts auf dem Wasser, das ist Entzücken. Wir jedoch machen daraus eine Erinnerung und kultivieren aus dieser Erinnerung ein Vergnügen. Und ebenso sagten wir, dass wir es nur anschauen wollen und nichts dagegen unternehmen wollen. Ich weiß nicht, ob Sie der Frage des Handelns einmal nachgegangen sind. Was ist Handeln? Wir alle sind von morgens bis abends sehr aktiv. Nicht nur körperlich, sondern auch psychisch. Das Hirn plappert unentwegt und bewegt sich von einer Sache zur anderen, unaufhörlich. Bei Tag und bei Nacht, in unseren Träumen. Das Gehirn kommt niemals zur Ruhe. Es ist ständig in Bewegung. Ich weiß nicht, ob Sie sich mit der Frage des Handelns jemals beschäftigt haben. Was ist Handeln? Das Tun. Das Wort Tun beinhaltet Gegenwart. Es bedeutet nicht, dass ich etwas getan habe oder tun werde. Handeln bedeutet, jetzt tun. Richtig, genau, vollständig, ganzheitlich, wenn ich dieses Wort gebrauchen darf. Ein Handeln, das ganz, vollständig und nicht partiell ist. Wenn Handeln auf einer Ideologie beruht, dann ist es kein Handeln. Dann ist es eine Anpassung an ein bestimmtes, von Ihnen festgelegtes Schema. Und daher ist es unvollständiges Handeln. Gemäß einer Erinnerung, einer Schlussfolgerung. Wenn Sie entsprechend einer bestimmten Ideologie, einem vorgegebenen Muster oder einer Folgerung handeln, dann ist Ihr Tun immer noch unvollständig. Es liegt ein Widerspruch darin. Wir müssen also dieses äußerst vielschichtige Problem des Handelns untersuchen. Steht Handeln in Beziehung zur Unordnung oder zu Ordnung? Wir leben in Unordnung. Unser Leben ist unordentlich, verworren, widersprüchlich. Wir sagen das eine und tun das andere, denken das eine und tun gerade das Gegenteil. Was also ist Ordnung und Unordnung? Kann es also ein Ende der Unordnung in unserem Leben, in unserem täglichen Leben geben? Nicht Ordnung im Himmel oder an einem anderen Ort, sondern kann es Ordnung in unserem täglichen Leben geben? Kann es ein Ende der Unordnung geben? Wenn die Unordnung beendet ist, gibt es logischerweise Ordnung. Diese Ordnung ist lebendig. Sie beruht nicht auf einem bestimmten Muster oder einer Schablone. Daher untersuchen wir, wir schauen uns selbst an und lernen etwas über uns selbst. Lernen ist etwas anderes als das Aneignen von Wissen. Und bitte schenken Sie dem freundlicherweise ein wenig Ihrer Aufmerksamkeit, dass nämlich Lernen ein unendlicher Prozess ist, ein grenzenloser Prozess, während das Wissen immer begrenzt ist. Lernen setzt nicht nur visuelles, optisches Beobachten voraus, sondern auch ein Beobachten ohne Verzerrung, die Dinge genau so sehen, wie sie sind. Dies erfordert Disziplin. Das Wort Disziplin bedeutet die Disziplin des Lernenden, nicht die schreckliche Disziplin des Althergebrachten, der Tradition oder dem Folgen bestimmter Regeln, Vorschriften und so weiter. Es ist ein Lernen, ein Lernen durch klare Beobachtung, ohne Verzerrung, indem man ganz genau auf das hört, was der andere sagt. Wiederum, ohne Verzerrung. Und Lernen ist nicht kumulativ, weil sie in Bewegung sind. Indem wir also lernen, was Unordnung in uns selbst bedeutet, entsteht Ordnung auf ganz natürliche Weise, leicht und unverhofft. Und wenn es Ordnung gibt, dann bedeutet Ordnung Tugend. Es gibt keine andere Tugend als vollkommene Ordnung. Das ist vollkommene Moral, nicht irgendeine aufgezwungene oder vorgeschriebene Moral. J. Krishnamurti wurde in Südindien geboren und in England erzogen. Vom Beginn seines Lebenswerkes an hat er alle Verbindungen zu organisierten Religionen und Ideologien verworfen und sagte, sein einziges Anliegen sei, die Menschen absolut und bedingungslos zu befreien. Vielen Dank. Vielen Dank.